Hallo und herzlich willkommen zum neuen Video. Heute sind wir bei Black Ops 3 mal wieder und heute teste ich weiterhin die neuen Maps bei Black Ops 3 bzw. die selbst erstellten Maps. So, Nacht der Untoten, Minecraft Edition. Stimm mal wieder mal da rein. Ich bin wirklich spannend. Bitte nicht, das ist bitte kein Video bzw. nur Bilder. Eine Nacht der Untoten, die Map kennt, glaube ich, jeder. Alter. Ah, ernsthaft. Ja. Tschüss, 4000. Alter, ernsthaft mit der Tür? Äh. Äh. Ja. So soll das sein. Ja. Alter. Und weiße, äh, Minecraft. Minecraft. Wie ist er? Dirt? Was auch immer. So. So. Keine Money mehr. Alter, voll komisch. Ich bin richtig überfordert mit der Situation gerade mit den Zombies. Ja, die Welt ist einfach nur Minecraft. Aber die Zombies? Ja, die Watchkiste war schon immer ich. Ist das nicht die gleiche Waffe? Hm. Ernsthaft. Ich bin nicht mehr einmal getroffen. Und der trade einfach sein Leben. Kommen die alle von hier oder was? Natürlich kommen die alle von hier, ja. Natürlich kommen die alle von hier, ja. Die Reden sind hier. Okay. Willkommen bei... Minecraft Zombie Motors. Ja, ganz schön. Wie ist das? Ja, ganz schön. Wie ist das? Ist das nicht anders? Ich bin nie. Ich bin gerade... Ich bin geraderat. Du bist vollständig. Gut. ohne Geräusch was denn das I understand this thank you I 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 Baller Microfait, ey. Wirklich. dann guck ich mal noch mal kurz um natürlich für die selbstwerbung was gibt es hier ein kleiner balkon versteckte waffe zählt ja auch immer bis 3 und dann wirft ja auch die granate erst ja gut laden eine halbe stunde nach das ist kein problem, lasst dir Zeit danke alter hat er gepackt danke alter alter auch dieser effekt bringt auch was ist mit dem kopf wackeln auch 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 ein 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 eine letzte flamenco flamenco ein ich würde mal sagen bis zum nächsten mal ciao auch 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 auch